Mein Moin, willkommen zurück zu einer Weiterrunde von Lead D2 im Ranglisten-Modus. Gegenangriff von Pion, Bösewicht, das sind fette Teile, na? Geh mal mit dem Champion rein. Holy shit. Wie kann ich das nicht mitnehmen, wenn es Vampir gibt? Da kann ich doch nur das mitnehmen. Ach du Scheiße. Lass mich mal überlegen. Die Masken brauchst du theoretisch nicht. Nehme ich lieber das noch mit. Ich werde mal mit dem Albtraum-Champion starten. Da bin ich schon gut bedient. Okay, Goggles und Atome. Ja, ja, können wir machen. Kein Problem. Gar kein Problem. Also ich probiere was hinzukriegen. So weiß ich nicht. Schauen wir mal. Gargles bringen mir natürlich auf der 3 nichts, wenn ich da was schicke. Irgendwie. Die werden das ablocken. Trotzdem mal eine Echse rein schicken. Naja, das dauert nur so lange. Nein, das dauert nur so lange. Und wenn es ein Problem ist, was ich, was es nicht mehr schicken. oder hat schon aufgewertet damit mit umsammeln ich mache die Goldwerfer weg, das ist gut ich habe getan was ich konnte da kämpft noch die eine Krabbe und der Waldläufer ich habe den mal auf ganz viele raten ganz viele die hin ganz viele kettenfäuste ja wohl wenigstens ein kleiner biet einer durchgekommen und die blut dafür dass du so weit runter links hast du gut gute arbeit gemacht so stecken kam noch aus stich ist mega stark gegen den zumindest aktuell wo wird der noch abkackt wäre cool sehr schön das ist super unheult zwei walker auf jeden fall sind drin keine kanone immer noch nicht dazu am start das sollte reichen ich würde auf neun gehen vielleicht oder zehn gucken wir mal so ganz sicher bin ich mir da noch nicht ja da bringt es aktuell noch nicht wirklich was das ist haben wir noch worker also könnten auf 10 gehen so aber 10 bringt hier halt kaum was die werden auf haben die robo einfach noch mit rein jetzt hat er wieder 140 plus sehr schön ich habe dann wollt das heißt ich vermute mal seine goldwerfer werden abscheißen der robo ist gut dass der noch dabei ist das war sehr schön hmm 18 11 oder 12 könnte uns was bringen das bringt uns dann wieder weniger was ich bin nicht ein Knobling wir sollten king ups machen nächste runde und dann auf 14 oder 15 gehen i need to draft those drafts die tappen auch so ab ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet der ist jetzt bis fünf nur der nicht damit gerechnet dass wir jetzt noch mal schicken die bringt mir diese welle nichts ich werde den auf und fertig sollte reichen drei rocker sind auf jeden fall drin ich habe auch die metzger auch zwei also einen aufgewerteten albtraum zum doppelgänger schon so jetzt können wir auf jeden fall die recheren platzieren king ups und dann auf 15 sollte ganz gut funktionieren also nehmen wir mit wenn wir jetzt hier was geschickt dann hätte man sicherlich was machen können so aber da gehen wir lieber auf nummer sicher der wird abgegradet haben wir die ketten fast noch noch groß der hatte ganz viele schatzsuche der hat ganz viele schatzsuche holen ja macht er die ganze zeit theoretisch brauche ich die schaden mit drin vielleicht auch eine exe rein oder so mal gucken was ich noch zusammenkriege hier die werden auf jeden fall upgraden die dinos haben ja stich schaden also ist gar nicht schlecht ich mache schlecken mit rein so viel von denen wie möglich es hat auch die ganzen ratten rausgeholt das war ein schuss in den ofen okay wir können mal jetzt ich das ist kein stich schaden außer die das jetzt trippel büros gebaut holi schütten fast des todes ich mag mir nehmen wir mit dem brauchen war der wird uns jetzt den es retten hundertprozentig damit die matt mensch wenn wir jetzt verstärken halten die mehr aus als was man denkt das kann ich mir keine einheit leisten gut dann hole ich zwei worker die schwebe sogar nicht schlecht für mich 560 schauen wir mal auf jeden fall den king aufgewertet wir sollten nicht sterben das glaube ich nicht das glaube ich nicht voll healing krasser shit krasser shit jetzt kommen die wichtigsten einheiten hier fürst des todes die magischen schaden hat er gar nicht aus die gargoyles die sind halt schon stark ne machen wir den mimik rein vielleicht können wir damit die ratten killen die ratten auf schatz zu geschickt oh sieht gut aus sieht gut aus sehr schön sehr gut halbes leben weg müssen wir verteidigung aufbauen also wenn ich den hier stelle kann ich noch mal zwei rausholen und hier könnte ich auch noch mal ein bisschen was rausholen wir bauen die mal dahin nach recherin wäre jetzt doof na wir bauen den mudman auf und so machen wir das das sieht gut aus ich habe noch zu kämpfen ich schaffe es wahrscheinlich nicht ja das könnte es gewesen sein aber ja doch geschafft aber das war auch mal wieder eine krasse runde muss ich sagen dass ich den dicken cent gehalten habe mensch gar nicht schlecht es ist wieder der auf aufstieg es geht wieder nach oben ach ich krieg nur mini punkt verkackt habe ich immer so viel das war eine weitere runde legion lasst gerne ein abo da wenn ihr mehr sehen wollt schaut doch gerne bei anderen videos vorbei bis dahin entspannt bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal